Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ihr wisst Bescheid, wie angekündigt, heute eine Challenge. Und ich hab's erstaunlich geschafft, ich glaub drei Tage hintereinander täglich Eise graus zu bringen. Bin ich nicht super. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir haben wie gesagt zwei Challenges, The Tank und The Purest. Und heute machen wir natürlich The Tank. Oh ja, mal schauen, was es ist. Ich schätze Maggie. Oh, es ist Maggie. Maggie mit mehr Herzen und Infamy und wieso einem halben Herz. Weiß auch nicht wieso. Oh nein, das war hoffentlich nicht die... Ne, die haben wir schon geschafft. Also da, wo man jedes Mal Schaden kriegt. Ne, das wäre ja lächerlich. Also bitte, warte mal, ist das die Challenge? Das kann doch nicht sein. Ne, das war ja die... Ihr wisst doch, diese eine Challenge, wo man immer... Ähm... Wo man immer, ne? Genau. Wo man immer das gemacht hat. Ne, wo es halt überall an jeder Türe Stacheln dran war. Das war eine witzige Sache. Ich glaube, da hatten wir Ultra-Lucky-Combo des Todes. Deswegen, äh, war das keine große Sache da, aber... Ja, ihr wisst Bescheid. Oh nein, bitte nicht. Was? Ah, wir haben auch die Thunder-Ties. Das ist wunderbar. Dann können wir nämlich auch super fast, ähm... Ja, Steine und, äh, dergleichen zertrampeln. Natürlich geht das gleiche mit Häufchen. Ja. Und das ist natürlich wunderbar. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hier, die... Der, der blaue Envy trippelt sich natürlich auf. Ich muss sagen, ich mag den blauen Envy von... Mein Ding, oh... Close Dodge. Wenn wir so langsam sind, ist es nicht so einfach. Ich muss sagen, die haben echt ein schickes Arschkinn, muss ich. Also, so ein schönes Arschkinn hätte ich dann auch, äh, ganz gerne. Also, bei den Kleiden sieht man es schon leider nicht mehr. Aber, naja. Ähm, genau. Also, der blaue Envy früher, bei meinen weisen Wrath of the Lamp, äh, hat relativ oft die ehemalige Distant Admiration, ähm, gedroppt. Also, Distant Admiration heißt ja mittlerweile Attack Fly. Ich weiß nicht, wieso sie es geändert haben, weil... Ja, ferne... Was heißt so mal? Admiration... Bewunderung, genau. Ferne Bewunderung würde eher zu der größeren Range-Angriffsfliege passen, als zur roten. Äh, ihr wisst ja, es gibt diese blaue Fliege, die um euch rumfliegt und die rote. Und die rote heißt halt mittlerweile, glaube ich, Distant Admiration und die andere halt Attack Fly. Ich weiß es auch nicht, was los ist. Ich weiß, ich weiß es auch nicht, Leute. Ich war einfach so auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch... Oh, nein. Einfach viel zu lange dauert, aber zum Glück können wir so wie... Oh, shit. Das war verdammt knapp. Ich wäre fast in diesen Blödenstein reingelaufen. Ihr habt es euch sowieso gewünscht. Kommt, Leute. Ihr habt es euch ihr gewünscht, aber es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Yes! Komm, komm. Ey, das hat sich sowas von gelohnt, Leute. Alter, wie geil. Ein Cent. Das ist ja fast schon wie Weihnachten, ne? Warte mal, wir gehen mal hier rein. Das ist einfach... Das ist einfach nur... Das kann man echt nicht ertragen, Leute. Oh, shit. Nehme ich das? Nein. Oder? Nein. Oder? Nein. Ne, Leute. Oh, Speed Up. Danke. Pretty Fly. Alter Schwede. Hier. Die. Ne, also... Auch wenn wir eventuell Guppy werden... Seien würden, täten. Also, seien wir mal ehrlich. Das lohnt sich einfach nicht. Alter, ist das dein Ernst? Verdammt noch mal in den... ...den Drecksraum rein teleportiert. Dreimal. Ja, gut, zweimal, aber... Hat sich angefühlt wie dreimal. Ach, ja. Ja, wir können auch Töpfe damit zu kaputt machen, falls ihr da nicht selber drauf gekommen seid. Aber wenn ihr da nicht selber drauf gekommen seid, also... Ja, dann seid ihr fehl am Platz auf diesem Kanal. Also, dann habt ihr eindeutig das IQ-Minimum unterschritten. Ne, Spaß. War alles nur ein Scherz. So, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass da oben nicht das Secret Room ist, weil hier war ja eine Steinreihe. Und das ist interessant. Das heißt, ähm... Dann ist er hier. Ja. Mag der ein oder andere nicht glauben, aber ich glaube, dass er hier ist. F***! Okay, Entschuldigung. Tja, äh... Ich dachte, dass... Ich will nicht zu so einem Rage-Youtuber werden. Nicht, dass ihr das sehr denkt, aber... Ab und zu kann man es ja schon mal rauslassen. Ja, ich dachte, dass... Der Top Secret Room halt an der einen Location sein wird. Relativ nahe am Boss, halt an der Ecke. Und wenn halt der Top Secret Room, also beziehungsweise Super Secret Room, da ist, dann wäre halt der normale Secret Room eingeschlossen. Das macht in gewisser Weise sogar ein bisschen Sinn. Aber auch nur ein bisschen. Also, dann ist es tatsächlich an so einer Location, der normale Secret Room, wo es nur von zwei Räumen umgeben ist, ja? Man soll es nicht glauben. Man soll es nicht für... Wow! 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 Wow, Jimmy. Ganz ruhig. Was geht mit dir eigentlich ab, Famine? So, wir müssen ihn jetzt endlich mal in seine zweite Phase bringen, damit er... Oh, ne? Oh, oh! Stodging ist echt wirklich unangenehm. Oh, nein. So, GAP Design hätte uns eh nicht so viel gebracht. Sei mal ehrlich. Wir können durch Steine durchlaufen und... Ja, wenn man durch Steine durchlaufen kann, dann bringt auch drüber fliegen nicht viel. Weil, dann kann man sich auch nicht über den Stein verstecken, weil die gehen ja kaputt. Das einzige Gute an Fliegen ist dann, dass du über Spikes drüber gehen kannst, aber naja. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kann man das mit Thunder Tiles auch sowieso machen. Bin ich mir nicht sicher. Danke, Jamhard. Wir kriegen natürlich noch einen gekreuzigten Stein. Oh, schade. Schade eigentlich. Ja. Pech gehabt, ne? Da gibt es nichts mehr zu holen. Uuuh! Aber gut, dass wir jetzt schon zwei Orbitals haben hier. Zwei Dinge links, die um uns rumkreisen. Ist natürlich wunderbar. Dann haben wir schon mal mehr Protection. Wir haben auch noch Infamilie auf. Das heißt, wunderbar. Ich glaube, ich mag den Ball of Bandages sowieso mehr als Cube of Meat. Paralyse, wow. Oh ja, stumpfe Humor ist manchmal auch ganz gut. Okay, so. Mach mal erstmal die Steine kaputt, weil wir haben ja nichts zu tun. Mach einfach mal die Steine kaputt, weil... Jo, wir machen die Steine kaputt. Das ist schon so bestes Hobby, oder? Steine kaputt, mal. So, komm, wir nutzen mal unseren Ball of Bandages. Yes. Go down. Oh shit, das war dumm. Ja gut, jetzt habe ich eh versagt, weil jetzt kriege ich keinen Devil Deal. Es sei denn, im Curse Room ist eventuell ein Goathead. Aber nein. Nein. Das wird nicht passieren. So, ich glaube, der Gas... Ja, ich glaube, Hagalas war die, die alles kaputt macht im Raum und Dagas war die, die dafür sorgt, dass wir ein Soulhard kriegen und von einem Flug befreit werden. Wenn das mal nicht der Wahnsinn ist. Swallowed Penny, immer noch eines der besten Trinkets. Nee, warte, Swallowed Penny ist nicht eines der besten Trinkets, es sei denn, ihr seid nubig. Dann ist es vielleicht doch eines der besten Trinkets. Ich glaube, Swallowed Penny bringt, dass jedes Mal, wenn ihr von einem Gegner verprügelt werdet, ihr euch übergebt und eure verschluckten Münzvorräte, weil wir können uns kein Sparschwein leisten. Hallo, das hat uns unsere Mutti weggenommen. Ja, die werden dann einfach wieder hochgewirkt. Das ist natürlich wunderbar. Oh, scheiße, das war gerade ein wunderbarer Frame-Ein-Drop. Frame-Ein-Drop. Also, das ist eine Mischung aus Frame-Einbruch und Frame-Drop, ja. Da ist unglaublich, so. Wir lassen uns das Strollhard erst mal da rumschimmeln. Das hole ich mir am Ende dieses Floss. Ich hoffe ja wirklich die ganze Zeit, dass ich hier einen Zelda-Raum finde, aber, ähm, nee. Und ich hoffe, dass ich ein paar Speed-Ups bekomme, ja. Das wäre einer von diesen Parts, wo ich tatsächlich mit dem Gürtel zufrieden wäre, Leute. Mit dem Gürtel, hallo, dem Gürtel. Wie kann man sich mit dem Gürtel zufrieden geben? Ich weiß es nicht. Ich habe sowas von gehofft, aber, naja, ich wurde mal wieder enttäuscht. Mal sehen, vielleicht kriegen wir, ähm, mit The Devil den, ähm, wenigstens noch den Devil Room, weil, ähm, der erhöht den, die Chance auf den Devil Room, also. So, den Cube of, oh shit, den Ball of Bandages mal ein bisschen einsetzen, wenn es geht. Na gut, ging es nicht. Nom, 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 nom. Fühl mich ein bisschen Pac-Man Style, hier muss ich sagen. Okay, also ich muss sagen, yumhardt ist echt ein Drecksitem. In den meisten Fällen. Komm, sei mal mal ehrlich, komm. Komm, seien wir mal ehrlich 4 Charges Also das könnten locker 3 sein Meiner Meinung nach ist 4 ein bisschen zu hoch Dafür ist das Item echt zu nutzlos Aber andererseits muss man sagen Dadurch dass es so viele gute Items Also gute bis unglaublich gute Bis ultra super mega gute Items gibt Ist es natürlich auch so Dass es eventuell das Spiel ein bisschen mehr balancet Deswegen Kann ich vielleicht schon nachvollziehen Muss nicht unbedingt sein Aber ein bisschen kann ich es nachvollziehen So eigentlich ist es echt Also ich glaube dieser Ball of Bandages War echt unsere ultimative Rettung Komm schon Ich dachte auf jeden Floor so ein blöder Zelda Raum Wollte mich jetzt rollen oder was Ich will die Bombe echt nicht verbrauchen Komm Oh shit Ich frag mich ob ich über rote Sachen drüber gehen kann Oh shit Okay Das haben wir natürlich mal wieder galant gelöst Habit Hier ist mal wenn wir getroffen werden Kriegen wir eine Aufladung Aber Ich meine jetzt überlegt mal ganz kurz Wenn wir zweimal getroffen werden Haben wir ein rotes Herz verloren Wenn wir dann nochmal ein rotes Herz verlieren Dann haben wir zwei rote Herzen verloren Und können dann uns nochmal ein rotes Herz Wieder zurückholen mit der Armat Also Habit ist schon ein ziemlich gutes Item Muss man sich zugeben Aber jetzt werde ich es vermutlich nicht nehmen Oh mein Gott Der lässt Habit liegen Ist das schlecht Die Leute also das ist das ist einfach Eine Entscheidung die muss man irgendwann in seinem Leben treffen Habit oder nicht Habit Und ich habe mich jetzt einfach bewusst dagegen entschieden Ich kann nicht einfach immer Habit nehmen Ich will einfach keine Nonne sein Außerdem das passt einfach nicht zu der Maske Seien wir mal ehrlich Das ist einfach ganz klarer Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? So Monstroids Geh endlich down Down Oh yeah Oh fuck Warum ausgerechnet Little Steve? Ich kriege jedes Mal Little Steven Little Steven ist einfach nur schlecht Ist nicht das schlechteste Baby Bei weitem nicht Aber ist einfach nur schlecht Ist einfach mal ehrlich Ist schlecht Kann man Kann man sagen was man will Aber Ist schlecht Sag mal ist bei der Challenge irgendwie Sind die Secreträume irgendwie aus Oder ist das jetzt Nur Zufall Ah Sie sehen nicht aus Wunderbar Wunderbar Ja du wirst mich nicht kriegen Rotes Feuer Das kannst du mal knicken So wo ist der blöde Zelda Raum Ich werde langsam richtig kranzig Dass ich keinen blöden Zelda Raum finde Alter ich habe je Den verdammten Stein umgedreht Wahrscheinlich unter dem Bombenstein Also das wäre wirklich Das wäre ultra böse Also wenn das wirklich der Fall ist Kann das wirklich sein Also da muss ich mal ganz kurz Einfach mal mich drauf verlassen Dass irgendjemand von euch das schreibt Kann so ein Zelda Raum unter dem Bombenstein liegen Das kann nicht sein Das kann doch nicht sein Also als ob halt Edmund Okay Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so Dass unter solchen Steinen sowas ist Du schaffst es aber auch immer mich zu überreden Habit Du schaffst es echt immer Ist mir leid Ich konnte nicht widerstehen So Jetzt wo wir einigermaßen gut ausgerüstet sind Mit Dagaz Mal schauen wie es vorangehen wird Ich glaube ich wäre ab jetzt Mich immer mehr auf meinen Bandagen Ball verlassen müssen Oh nein Oh nein Oh nein Wenigstens tun die weißen Stöpsel nicht immer angreifen Wenn du dich irgendwo hinter so einem Pilz versteckst Dann juckt sie das irgendwie nicht Du musst aufpassen Ja Das war das Weshalb ich gesagt habe Du musst aufpassen Ja Genius Ich dachte mir Oh ja unter dem Pilz wird schon nichts sein Ja ja natürlich Du kennst doch die Troll Engine Aber ich kann auch nicht die ganzen Pillen hier liegen lassen Komm schon Ja Ja Okay Komm 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 Ha Ich habe Angst Ah scheiße Okay also gut Es sind sogar ziemlich viele von den Fiechen Ich kann nicht erwartet Ich glaube ich setze jetzt einfach der Gas ein Der Gas Und wir haben ein Stornort bekommen Ist das nicht wunderbar? Ich weiß Unglaublich Ah Geld 14 Cent Die 15 füllen wir bestimmt gleich auf Gar kein Thema Gar kein Fie Ja gar kein Thema Warte mal was war das Äh ja genau das war diese Die Bombenpille Die Bomben Ähm Ja Ne Naja Das Bombardemode des Weißen Hauses Äh die Nougatstange im Kreuz Wenn wir einfach zu viele Jalapenos Äh Jalapenos Heißen die die Jalapenos gegessen hat Dann kann so ein Explosive Diarrhea Schon mal zustande kommen Muss man sagen Gut wir haben immer noch keinen Schlüssel Das ist jetzt schon ein bisschen Armutszeugnis Ach einmaligen Ist er nicht wunderhübsch Schaut ihn euch an Hat sie extra hübsch gemacht Für uns Heute Oh nein Kann man da irgendwas machen Ich fürchte nein Leider nein So Nein 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 Okay gut Gut So Jetzt Kriege ich bestimmt gleich hier in den Zelda Raum Ernsthaft Nix Oh shit Warte Ich glaube das geht nicht Oh es geht Oh mein Gott Es geht Krasse Sache Na gut Kommen wir gehen zum Boss Boss Falsch Oh der ist perfekt mit Lemon Party Oh mein Gott Das ist ultra geil Das ist sowas von geil Easiest Boss ever Gut So Dann gehen wir mal rein Oder Goathead Den nehme ich mir doch Den nehme ich mir doch mit Den nehme ich mir doch mit Ja Also Gar kein Problem So jetzt haben wir einen wunderbaren Esel auf dem Kopf Astra eine Sache Gut Gut Mein Plan geht er auf Der Esel ist gekauft Und nun steht der Weltherrschaft Nichts mehr im Wege So viele goldene Kisten Einfach nur um mich zu schulen Ich liebe es Ich darf mich nicht beschweren Ich habe zu viele gute Runs Ich weiß ich weiß Dafür hatte ich so viele schlechte Runs In the Binding of Isaac Reef of the Lamp Also von dem her Wollt ihr mal nichts sagen Leute Wollt ihr mal nichts sagen Ja ich Falls euch wundert Warum ich das Feuer Zerbombardiere Ich hoffe einfach Dass ich einen Schlüssel Und noch einen Cent rauskriege Also einen Schlüssel Nicht aus dem Feuer Aber einen Cent irgendwo Irgendwo her Wie auch immer So Ich finde die sollten Auch ein Item machen In Afterbirth Wo man Diese Kreiselfliegen Spawnt Das ist sehr witzig Weil die gehen mir so auf den Sack Die können ruhig auch mal Ein paar Feinde zerstören Meinetwegen echt gerne Echt super gerne So Also ich habe das Gefühl Dass wir wohl Keinen Cent mehr kriegen werden No 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 Komm her Oh shit Danke Infamy Infamy rettet den Tag Das ist bestimmt eine gute Speed up Yes Oh ja Wir sind langsam wieder Beim normalen Tempo Ich brauche den Schlüssel Leute Ich brauche Ich brauche den Schlüssel Das ist kein Schlüssel Das ist kein Schlüssel Wisst ihr was Ich glaube ich nehme gleich Einfach Schaden Damit ich einfach Diesen blöden Cent bekomme Aber ich habe eh Kein Schlüssel Von dem her lohnt sich Sowieso nicht Ja gut Lass mal sein So ich nehme aber Dieses Rosary Beat Einfach nur damit Wir vielleicht Ein Solart Tropfen Nach dem Kampf Hier das wäre schon Ganz super nice Jawohl Komm schon Geh auf die andere Seite Jawohl Zerlegt Oh yeah Ja boys Was los mit euch Geht es euch gut oder So und jetzt Ein Solart bitte Eine Bombe Besser als nichts Besser als nichts Ich glaube ich werde Jetzt einfach mal Die Swallowpenny Wieder mitnehmen So super ist das jetzt nicht Da weiß ich Bescheid Aber komm schon Mich wählerisch sein Ähm Benutzen das jetzt hier Komm schon Ja das hätte ich in der geraden Linie Platzieren sollen Ich habe gehofft Dass man eventuell diagonal wegkommt Aber Ja Die Chance Dass es dort Sowieso verhältnismäßig klein Oder Wahrscheinlich wäre es einfach Auf der linken Seite gewesen Gut egal Wir haben einfach so wenig Schaden Wie soll ich das so schaffen hier Aber ich jetzt Es ist ja glaube ich nur bis ähm Bis Mom gell Also bis ähm Mamas Füßchen Von dem her dürfte es eigentlich machbar sein Mal schauen Okay Okay Ah ja ich fand übrigens die Idee Den ich in den Kommentaren mal gelesen habe Ziemlich geil Ich bin da gar nicht drauf gekommen Obwohl ich dasselbe mal gesehen habe Ich glaube wie heißt der gleich Zombie oder so heißt der Zombie oder irgendwie so Ja auf jeden Fall dieser Typ hat äh Sich seine Skin in The Binding of Isaac integriert Also als normale Isaac Skin Und das natürlich im Pixel Art Style Finde ich ziemlich cool Die Idee Vielleicht mache ich das auch Muss ich mich mal hinsetzen Das Ding designen Mal schauen Wird ja nicht allzu kompliziert sein Oh shit Mit Oh mit dem Swallow Penny Wird es so viel Geld geben Geld geil Oh ja Oh ja Leute Oh Schon fertig oder was Okay mit The Habit Müsste ich ja eigentlich Ja gut es funktioniert leider nicht Okay so viel kann ja mal behalten Ich glaube eh nicht dass wir das ganze Geld brauchen werden Aber YOLO Oh Gut wir sind jetzt eindeutig reich Ich glaube ich kann das leider nicht an die Kinder in Somalien spenden Weil die äh Donation Maschinen funktionieren ja nicht Weil Ich liebe es wenn ich rum teleportiert werde wirklich Ich finde es Ich hasse es Mann Wieso müssen die diese blöden Flüche einführen Ja Ja gut ich will mich nicht beschweren Solange kein Curse of Darkness kommt Ist ja noch alles im Rahmen des Guten Ja Und jetzt kommt wieder Ja wo ist Curse of Darkness überhaupt nicht schlimm Ich bin immer nicht viel schlimmer gibt ja andere Sachen Ne Ich bin voll Ja aber ich bin ein Let's Player Ich muss das auch einigermaßen Wunderbar präsentieren hier Und wenn dann halt alles dunkel ist Ist nicht so gut im Video Hm Das weiß ich ganz besonders gut Oh Zwei Batterien Ich habe zum Glück die Steine da gelassen Was heißt zum Glück Ich habe das natürlich schon bedacht Nicht dass sie denkt ich bin My retard So ich weiß wir haben jetzt eine Aufladung verloren Aber kommt schon Who cares Who the hell cares Ich liebe das Wisst ihr Das ist sowas von einprogrammiert 100 pro Was der Die hinteren beiden Gehen immer auf Während der vordere noch da bleibt Und die beschützt Das ist sowas von nervig Sowas von nervig Ich will jetzt aber auch nicht mit meinem Ball of Bandages zu nah rangehen Weil Nee Ich will meine Solatz Der Krizzledie auch immer so im Kreisraum Das ist richtig nervig Ja super Da habt ihr es gesehen Genius Boy Ja Oh boy Komm Tot Yeah Double kill Sehr gut Sehr gut Oh schau mal Geld Das werden wir sicherlich noch brauchen Ja mein sohn Spass bloß alles an Damit du dir irgendwann mal Von dem ganzen inflationär Nichts mehr wertvollem geld Nichts mehr kaufen kannst Nein Leute Investiert einfach in Ereignisse Ich hab irgendwo mal irgendwann gehört Das ist anscheinend sinnvoll Oh shit Ernsthaft Ist das jetzt euer ernst Ich hasse wenn das passiert Ich hasse es Naja wir haben eh Goathead also juckt uns nicht Wir kriegen den Devil Room Das juckt uns nicht Also ihr solltet in Ereignisse investieren Anstatt in materielle Dinge Das heißt wenn ihr einen neuen Stift braucht zum schreiben Dann kauft ihn euch nicht Kauft euch lieber einen Schreibschriftkurs Ja Könntet ihr machen Also Könntet ihr machen Soll sinnvoller sein Aber ich kann es schon nachvollziehen So ein Tag snowboarden Ist mir dann schon mal Also ich sage jetzt nicht dass es günstig ist Das ist es auf keinen Fall Oh shit Das funktioniert glaube ich sogar Ach du scheiße Ach du scheiße Ach du scheiße Es funktioniert nicht Hä Ach so was Wahrscheinlich dachte vielleicht funktioniert es mit Pillen auch Aber anscheinend nicht Ja gut es ist keine Karte Okay aber Seien wir mal ehrlich Leute Seien wir doch mal ehrlich Hm Egal So Oh Könnt ihr euch nicht mal in gescheiten Raum ausdenken Wieso immer diese beschissenen Räume Immer das gleiche man Geht mir so auf den Sack Aber wenigstens ist die Blank Card einfach wieder aufgeladen Also Infamy scheint wohl Irgendwie mit einer gewissen Chance zu schützen Oh shit Bis jetzt habe ich ja noch keinen normalen roten Herzschaden genommen Aber wir haben ja gesagt wir haben ein Goathead Goathead von dem her Ich dachte Infamy beschützt einen Wenn automatisch Wenn von vorne geschossen wird Wird beschützt Aber ich glaube ich habe mich geirrt Yes Tod Alter Infamy hat gerade dreimal hintereinander einfach so beschützt Läuft bei uns Okay jetzt hat er euch gekackt Ultimative Soundeffekt übrigens Steinstatuen wenn sie kotzen machen diesen Sound Also Falls ihr irgendwann mal eine Dokumentation über Steinstatuen drehen solltet Erinnert euch an meine weisen Worte Das ist der Soundeffekt wenn die kotzen Gut Da wir das geklärt haben Auf zum Boss Oh nein Oh nein Es wird sowas von ewig dauern Aber wisst ihr was geil wäre Wenn ich irgendwie so eine richtig geile Tarotkarte Wie zum Beispiel The Sun kriegen wir das wäre so mega Das wäre so mega Also Fetty Das kann noch eine Weile dauern aber ich glaube nicht dass es noch was wird ne Also Oh shit Der ist total athletisch der Typ Springt irgendwie aus dem Bildschirm raus Das sind bestimmt 10 Meter oder so vielleicht sogar mehr Sprich springt er einfach mal locker hoch weil es kommt wieder Kommt auf ganz ultra sanfte Landung Die paar Ketchup Flecken auf dem Boden da kann man nichts machen Hat er halt davor nochmal sein angenehmes Mahl genossen Was wahrscheinlich nicht zu kurz kommt bei dem Und äh jetzt äh ja Hat er sich sein Bäuerchen auch verdient Beziehungsweise sein Tod Ich hasse diesen Fisch Diesen Fisch ich werde gar diesen Fisch Plazenta wunderbar Echt richtig gutes Item Book of Sins für ein Herz Nee Nee Ich glaube die Blank Ding ist besser Ja Ich glaube die ist besser Gut Also gut Dann gehen wir mal weiter Hier ist eh nichts mehr zu holen Das war aber auch wieder ein richtig schlechter Devil Room Ich glaube ich wäre das echt Das ist übrigens einer von den schwereren Runs nur so Falls es euch noch nicht aufgefallen ist Wir haben kein Damage abbekommen Das wird gar nicht so einfach Mal um damit zu besiegen Wir sind jetzt erst in Necropolis 1 Also wenn ich jetzt nicht irgendwas wie The Mark oder so bekomme Dann müssen wir schauen Ich habe übrigens fast jeden Stein kaputt gemacht Und einfach immer noch kein Zelda Raum gefunden Hammer Sache oder? Komm schon und Ja Get down Ich hätte ihn erst kaputt machen sollen Nachdem ich alle Gegner besiegt habe Weil jetzt komme ich hier nicht raus Bis ich den nicht besiegt habe Okay Oh nein Ich hoffe dass ich jetzt mal langsam eine Tarotkarte kriege Oh shit Bei den Viechern muss man aufpassen Oh nein Oh Junge was mache ich eigentlich Was mache ich eigentlich Ich hätte wahrscheinlich einfach Jamhart behalten sollen Nicht weil es besser ist Und dann weil ich einfach nur gerade ein bisschen verkacke Ja Ist okay Sag mal wie viel von den Boys sind eigentlich hier noch drin Woher wissen die eigentlich dass ich da bin Was haben die für ein Gehörsinn Weil ich meine Augen haben sie ja offensichtlich nicht Ja gut Die haben merkwürdige Maden Aber das haben ja die nicht Also die Einen haben ja wunderbare Maden Die anderen Müssen sich ohne zufrieden geben Ich weiß es nicht Welche sich besser fühlen Die die in den Rücken aufgeschlitzt wir haben Oder die mit den Maden im Kopf Ich bin mir da nicht ganz sicher Aber um ehrlich zu sein Will ich hier einfach nur raus Bitte lass mich hier raus Ich werde verrückt Schon wieder so eine Drecks-Super-Töle Und mein Superschutz ist abgelaufen Superschutz Ist das dein Ernst Du bist Superschutz Also ein richtiger Profi Musst du einen Super-Extra-Profischutz benutzen So ich glaube er heißt ja sogar Profischutz Ich bin mir gerade gar nicht so sicher Ist schon eine Weile her Dass ich hier Pokémon gespielt habe Also Lassen wir das sein Das rote Feuer Hat natürlich nur auf mich gewartet Das ist übrigens ultra genial platziert Dieses rote Feuer Es lohnt sich förmlich das auszumachen Wie wir einfach Seit wir die Blank-Karte bekommen haben Einfach keine Tarot-Karte Oder sonstige Poker-Karten gesehen haben Einfach gar nichts Das Spiel hat keine Troll-Engine Nein Definitiv nicht Hat es nicht Nein, nein, nein Nein An alle Leute, die das leugnen Hat keine Troll-Engine Absolut nicht Nein Schafft den Bio-Müll raus Oh ja Die wunderbaren Jute-Säcke 3000 Sprinten selber auf ihrem Weg zur Biotonne Mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 kmh Ist das nicht wundervoll? Kommen Sie jetzt die neue Jute-Säcke 4000 Ja, ich finde irgendwie, die sehen wirklich so aus wie Jute-Säcke Da kriege ich aber nichts Also bei dem Gappi-Head ist es wirklich nicht so gut Also seien wir mal ehrlich Der Gappi-Head, den kann man sich schränken Weil wir haben so einen schlechten Grundschaden Dass die blauen Fliegen da auch nicht viel reißen True Story Ich glaube, ich glaube Echt langsam, dass Eventuell Stevie Little Steve sogar Fast mehr Schaden macht als wir Aber das wäre schon ziemlich bitter, oder? Mimimi Mimimi Ich glaube, da habe ich die Challenge gefehlt Das kann doch nicht sein, dass ich die Challenge gefehlt habe Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die ultra schwer Ja gut, also komm, wir haben halt Leben Und kriegen halt keine Itemräume Das ist jetzt nicht unbedingt ein guter Trade Aber vergleichsweise gut für Im Vergleich zu The Purist Bei The Purist wisst ihr hoffentlich Wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt Ähm Ist es ja so, dass man eben Keine Itemräume bekommt und einfach keinen Vorteil hat Also Es ist im Prinzip ein Challenge Run Der einfach nur hundertprozentig pur ist Und ich habe mich wirklich darauf gefreut Auf diesen Devil Room, aber Ja, so wie immer wurde ich enttäuscht So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir damit Moms Head besiegen wollen Entweder wir kriegen nochmal ein bisschen mehr Leben Aber Oder Ich habe einfach nur ultimativen Lauf Aber Ich kann mir nicht vorstellen Wir haben so wenig Schaden Da müsste ich echt wirklich an der Daran rumkleben Und Mit Und beten, dass mein Ball of Bandages den Job macht Aber Ne, wir haben einfach Wir haben einfach keinen Schaden So Gehst du mal down Hier, wunderbar Ist übrigens einer von den längeren Challenges Die zu Moms Food gehen Einfach nur, weil du keinen Schaden hast In dem Run Tragisch, tragisch Oh, das könnte uns Das könnte uns Den Leben retten Nein, das könnte uns wirklich das Leben retten, Leute Hm Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll Ja, komm, ich nehme es mit Dann zeige ich es euch einfach mal Magic Fingers Pay to win Ist es tatsächlich Wir zahlen Geld dafür, dass alle im Raum Schaden kriegen Außer uns Ziemlich nett Geil, nicht unbedingt, aber Wenn du da mal so 99 Cent hast Dann geht das Ding ordentlich ab Und wir hoffen jetzt einfach mal Dass wir einigermaßen bis zum Bossfall durchhalten Und dann die 15 Cent direkt rein spammen In den Maxi-Räumen ist es natürlich auch mega geil Okay, ich darf die Schädel noch nicht kaputt machen Ich habe den Fehler vorhin begangen Nicht noch einmal Oh, ho, 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 ho Ich habe es einfach mal eingesetzt Weil ich glaube nicht dass wir diese bomben alle noch brauchen werden seien wir mal ehrlich das ist der letzte floor aber ja aber nein aber ja aber ja aber nein aber eigentlich bin ich ja nicht schuld so ich brauche ein bisschen geld da können wir noch ein bisschen geld holen da können wir doch noch mal warten machen dann kommen wir mal hier noch ein bisschen arbeit machen so geld geld wunderbar das volat penny wo die trocken wo die droppen wirklich das ist einmal 1 a s s rank rate hier ganz klar so das haben wir jetzt alles ein sind steinreich ich habe mehr geld brauche ich gar nicht so wie kindes der einfach mal hardcore mode das dürfte für den ganzen floor reichen so und jetzt kann ich das natürlich ordentlich spammen naja gut auf den nicht ist mir nicht wert es ist mir dass wir das geld noch zu wertvoll umso mehr ich habe umso leichter wird der boss fight so müsste es sehen range das gesehen hat es gesehen ich habe magische finger wie houdini okay immer noch kein selderraum ich fasse es langsam echt nicht gedauern 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 es macht nicht so viel schaden aber das geld die menge macht ich habe damit mal satan besiegt nur mit dem item habe mich aber bestimmt 40 cent gekostet 40 cent um satan zu besiegen das ist schon irgendwie geil wir haben satan besiegt herr wolf wir haben das geschafft ja ich hatte 40 cent und der war gerade im sonde angebot wie wirklich das hier war ein bisschen hier komm schon ich will den selderraum den gibt es bestimmt eh nicht im shop den gibt es so wird es kann noch nicht sein das betrifft satan Prozent von wegen hier ist selderraum im shop also das hat man ja noch nie gehört er so haja wirklich über verzüglich Prozent wirklich vorzüglich gut da ist es auch keine um sich getrun ihr wisst ihr bescheid über die klippen regel so und ihr dürft sterben der ab işte mir nini denn da führt leider keinen weg durch und ein sehr schön sehr schöne können wir unsere platzente erst mal ordentlich arbeiten lassen gut ok mehr brauche jetzt hier nicht zu zerstören deswegen gilt man zuerst die gegner und zerstört dann die steine weil falls diese mongos daraus kommen musste ich nicht mehr mit den abgeben so spam 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 gut wo wir haben sechs schlüssel das heißt wir können da reingehen ja gar nicht mal so übel ich nehme auf jeden fall die red patch weil damit habe ich einfach nicht obwohl vielleicht nämlich lieber den swallet penny für das erste mit schon wieder in die red patch ihr wisst ja wenn man getroffen wird hat man eine 50 prozentige chance dass man in so eine art rage mode reinkommt und da hat man erheblich mehr schaden für den raum und man sieht ultra sexy rot aus wie so ein meatboy wie ein wunderbarer meatboy sterbt doch einfach also wie gesagt wenn ihr das geld habt ist das item ganz geil ansonsten ist es halt nicht so geil wir haben momentan das geld würde ich sagen so geld sehr gut so das war nicht so geplant geil werden nur noch drei schlüssel das passt schon so ihr werdet gleich den ultimativen mom's foot boss fight sehen des todes und zwar aber davor suche ich noch kurz den secret drone kommen das kann ich mir nicht hingehen lassen wir haben beide 17 bomben was der war nicht hier ist euer ernst der kommt dann ich muss den jetzt noch suchen ich will vielleicht finden wir ja noch ein ultra rare item das wäre ja mal was ne das wäre ja mal unglaublich ne achso das wäre ja fast schon wie weihnachten ja so so magic fingers danke platzenta so nochmal zwei cent und eine bombe danke danke das wird ja wir haben ihn gefunden oh das ist gar nicht übel das ist sogar ziemlich gut alter ist es eher ernst ist es wirklich ernst wie oft wollen wir nicht noch krieg jetzt hat geben sag mal gibt es eigentlich in diesem goldenen kisten pool nur drei items in von mir krieg jetzt hat und und fällt aber fällt konnte die junge das ist doch unglaublich krieg jetzt hätte so ein derbe gute seite mich ich krieg das fast jeden run so jetzt noch mal erst mal ganz gediegen die steine kaputt oh ja ganz ruhig ganz ruhig so jetzt pass auf ich gehe in die ecke und spamm 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 oh yeah boy oh yeah jetzt hat nicht mehr ausgereicht what the hell what the hell naja kein thema kein thema ja jetzt wo wir kriege zert haben ist das wirklich kein problem mehr das item ist einfach viel zu gut so wunderbar ich muss schon sagen äh weiß nicht wieso haben wir die challenge wirklich gefällt das kann doch gar nicht sein kommt schon seitdem sagen wir doch mal ehrlich als ob ich dir das kann doch nicht sein dass ich die gefällt hab da muss ich ja wirklich zero damage bekommen haben also zero damage ups das kann ja nur so ein richtig beschissener run gewesen sein wenn ich den gefällt hab mhm oh ganz ruhig krampus oh danke orbitals mal sehen was kriegen wir lump of coal so ich hab noch gar nicht die seed gezeigt äh da ist die seed für wen es interessiert aber ich glaube es interessiert eh keine sau denn wir haben die challenge geschafft und wir kriegen jetzt run of ansus vielen dank dass ihr diesmal dabei wart über jede bewertung und jeden kommentar freu ich mich wie immer und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge ne also bis dann tschau